Wir bringen eine Stellungnahme des Bürgermeisters Hannes Fazikers zu den Landtagswahlen und den Ergebnissen aus Schwächert und den Bezirken. Der kürzeste Wahlkampf aller Zeiten ist geschlagen und dennoch war es eine große Schlacht. Ja, ich finde das durchaus positiv, dass man auch zu einem gemeinsamen Commitment kommt, einen Wahlkampf relativ kurz zu halten, denn man sollte sich ja um die Arbeit das ganze Jahr kümmern und ein Wahlkampf ist schon eine sehr an die Substanz gehende Sache. Und es ist natürlich auch für viele in der Bevölkerung manchmal nicht immer angenehm. Aber letztendlich muss das auch eine Demokratie aushalten, denn in anderen Regierungsformen gibt es so etwas nicht. Ein demokratisches Gemeinwesen hat auch zum Ziel, dass sich die Menschen auch entsprechend artikulieren und frei äußern dürfen. Und daher gibt es auch einen Wahlkampf und die Bevölkerung auch davon zu überzeugen. Er war kurz, aber er war intensiv. Das ist völlig richtig und hat auch ganz klare Ergebnisse gebracht. Das Ergebnis für die SPÖ ist nicht so ausgegangen, wie erhofft. Die ÖVP hat zwar knapp, aber doch die absolute Mehrheit erreicht. Und Spitzenkandidat Sepp Leitner hat mittlerweile seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ja, es ist, glaube ich, kein Hehl daraus zu machen, dass das für die Sozialdemokratie Niederösterreich sicher eine sehr bittere Stunde ist, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Themen, die der Bevölkerung nahezubringen waren, Themen sind, die auch unter die Haut gehen. Es geht um sehr viele Aspekte. Es geht um Bildung. Es geht um Kinderbetreuung. Es geht um soziale Aspekte, um Seniorenthemen in den einzelnen Gemeinden. Aber das ist so zur Kenntnis zu nehmen und hat auch zu politischen Konsequenzen geführt, die ich persönlich auch bedauere. Weil ich glaube, auch ein Dr. Sepp Leitner hat vor fünf Jahren nicht den Weg gewählt, die Partei so weit zu führen, dass er dann wieder sie verlassen muss, sondern hat ganz andere Ziele auch ins Auge gefasst. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss das sorgfältig analysieren. Und sehr wichtig ist vor allem auch, das Vertrauen bei der Bevölkerung wieder zurückzugewinnen und sich auch davon zu überzeugen, warum auch in Niederösterreich eine sozialdemokratische Partei sehr, sehr viele Aspekte in die Landespolitik einbringen kann und sehr viel dazu beiträgt, dass Niederösterreich ein wunderbares Land ist. Das Landesergebnis zeigt einen Verlust für die SPÖ von knapp vier Prozentpunkten. Das Bezirksergebnis jedoch einen Verlust von knapp sechs Prozentpunkten und schwächert knapp 13 Prozentpunkte. Sind die Schwächerte besonders politikverdrossen? Denn auch die Wahlbeteiligung war in der Stadt etwas niedriger. Die Wahlbeteiligung ist bei uns in Schwächert immer ein wenig kritisch zu hinterfragen, weil sie traditionellerweise nie so hoch ist wie in anderen Gemeinden. Wir haben mit 12,8 Prozent sicher ein nicht sehr freudiges Ergebnis. Aber wir sind hier auch nicht unbedingt allein. Auch im Bezirk gibt es zweistellige Ergebnisse. Für mich ist aber wichtig, auch zu erkennen, wo die Ursachen liegen. Und daher ist das auch an der Wurzel zu bekämpfen. Vor allem auch hier wieder das Vertrauen für die Bevölkerung zurückzugewinnen. Und natürlich auch zu erkennen, warum ist dieses Wahlergebnis so. Im Speckgürtel von Wien gehen die Uhren auch ganz anders. Das hat auch die ÖVP erkannt. Nicht umsonst auch einen großen Wahlauftakt mit dem Landeshauptmann hier in Schwächert auch gefeiert. Man sieht das auch am Ergebnis, nämlich des sprunghaften Anstieges der Stronach-Wählerinnen und Wähler, die ja von Null bei einem Null-Wahlkampf ein beachtliches Ergebnis erzielen konnten. Und das ist natürlich eine Situation, die wir uns ganz genau ansehen werden und die auch dazu führen wird, dass man ganz bewusst wieder ganz gezielt jene Themen, die für die Landespolitik, und man muss das schon unterscheiden auch, es gibt bundespolitische Themen, es gibt kommunalpolitische Themen und es gibt landespolitische Themen. Und landespolitische Themen sind auch manchmal sehr eng verknüpft mit dem kommunalen Wesen, wenn Sie jetzt an Wohnbauten denken, an Straßenbauten, Kinderbetreuungseinrichtungen auch. Hier muss wieder klar zum Ausdruck gebracht werden, dort wo sozialdemokratische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am Werken sind, dass sie auch die Unterstützung brauchen, dass sie hier in der Allmacht der ÖVP nicht untergehen. Und dass es manchmal auch gar nicht so einfach ist, das auch so an die Bevölkerung zu bringen. Team Stronach ist in Schwächert mit 14 Prozent drittstärkste Partei geworden. Haben Sie einen derartigen Erstlingserfolg erwartet? Es war ja kein Geheimnis aufgrund auch von Umfragen und aufgrund der Stimmung auch in der Bevölkerung, dass das Team Stronach sicher einen doch beachtlichen Zugewinn haben wird. Aber dass das in so einer Dimension ist, ist natürlich überraschend, weil ich noch einmal feststellen muss, auch nicht vorhanden vor Ort, keine Themen zu den Menschen gebracht, kein Kandidat, der hier da ist, Stronach selber ja nicht für den Landtag zur Verfügung steht. Das heißt, hier wird jemand gewählt, der überhaupt nicht in die Politik geht. Also ist das schon beachtlich und interessant und wird sicher für die Meinungsforscher ein interessantes Gebiet werden. Das waren gestern Landtagswahlen. Was kann man daraus für die Gemeinde ableiten? Für die Gemeinde, für den kommunalpolitischen Bereich ist ganz klar das, was ich vorher gesagt habe. Wichtig ist es, der Bevölkerung ganz klar vor Augen zu führen, was sind unsere großen Themen bei uns und welche kommunalpolitische Bedeutung haben diese Themen. Und das ist für uns in der Stadt immer noch der Bereich des Ausbaus der Kinderbetreuungseinrichtung, die Investitionen in den Bildungsbereich, Investitionen in das Wohnen, auch in das leistbare Wohnen und natürlich auch unser großes Asset, wenn man das so sagen will, das ist die Sicherung von Arbeitsplätzen. Wir müssen hier Vertrauen zurückgewinnen, das ist sehr wichtig und der Bevölkerung auch klar vor Augen führen, warum jene oder die oder die andere Maßnahme ganz besonders notwendig und wichtig für die Stadt ist.